Ausgeliehene Filme verteilen Ausgeliehene Filme aus dem iTunes Store kann man 24 Stunden lang ansehen. Dabei ist man nicht auf das Gerät beschränkt, auf das man die Videodatei heruntergeladen hat. Man kann einen Film während der Ausleihzeit etwa von einem MacBook auf ein iPad übertragen. Die Übertragung ist per Drag & Drop möglich. Dazu schließt man einfach einen iPod oder iPhone an den Mac an und kann das ausgeliehene Video auf das tragbare Gerät ziehen. Eine Besonderheit, die Datei wird auf das Mobilgerät bewegt und auf dem Mac nach der Übertragung automatisch gelöscht.